Und damit herzlich willkommen zu unserer vorletzten Runde zu Age of Empires 2 Return of Rome zusammen mit Kurga und Utwin. Und mit unserer Völkerrundreise sind wir fast am Ende angekommen beim vorletzten Volk. Ich habe jetzt die Assyra, Kurga hat die Sumerra. Ich bin ein Assyrian-Bogenschützenvolk, das blöderweise nahezu keine Bogenschützen bauen kann. Nur die Billow-Bogenschützen, Wagenschützen und normalerweise berittene Bogenschützen, die man nicht mehr abgräten kann. Das heißt, ja, Bogenschützen-Rasch ist da eigentlich drin, ansonsten vielleicht höchstens Wagenschützen, aber selbst da. Vielleicht Wagenschützen als Beimischung, aber ansonsten könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wo ich da großartig Bogenschützen baue mit denen. Ich werde wahrscheinlich auf schwere Britte Bogenschützen gehen, Wagenschützen und Sensenstreitwegen. Ja, bei mir werden es für die Bogenschützen dann Wagenschützen und im Endgame vielleicht wirklich dann Helipolis, Geschwere Reiter oder vielleicht auch noch weitere Wagenschützen, mal gucken. Ja, wunderbar. Oder du steckst halt alles in Rush. Ja, oder komplett alles all in Rush, könnte man auch machen. Hat ja uns letzte Folge so ein bisschen den Arsch gerettet, ne, im Nachgang gesehen. So ein kleines Spiel, da hätten wir da nicht gerascht, die hätten uns einfach komplett überwältigt. Also, dass ich, dass wir beide Dorfbewohner beim Gegner weggenommen haben, hat sie ein bisschen, haben die ein bisschen länger gebraucht, um ordentlich loszulegen. Palmyra und Perser, schon wieder. Schon wieder Perser, die hatten wir gerade schon. Perfekt, ich habe mein Wild direkt gefunden, das ist super. Ich habe es auch gefunden. Ich weiß, wie viel es mir bringt. Ah, jetzt hat sich das Wild verteilt, natürlich, Alter. Also, ein so ein Dorfbewohner durchgelaufen, die rennen alle weg. Also, nur am Paniken. Ich schicke den, es hat sich jetzt bei mir so ein bisschen eingebürgert, ich schicke immer drei auf das Wild, drei auf Beeren und die nächsten drei auf Holz. Das hat eigentlich auch keine schlechte Idee. Geklappt bis jetzt. Habe ich sechs auf Nahrung und dann drei auf Holz und dann verteile ich immer so nach Bauchgefühl. Ja, du, es muss nicht passen. Nee, passt nicht. Egal, Mann. Anyway. Ich bin Haus, du, ich bin. Geil. Allemars. Beschlagen sie mich, ich bin in Gefahr, bitte schlagen sie mich. Schon belastend so ein bisschen. Okay, jetzt habe ich vier auf Holz, fünf auf Holz. Mal gucken. Ich habe jetzt gerade nur zwei auf Holz. Das war das fürs Erste. Vorher ist es noch reicht, wenn die Nahrung eher die Engstelle ist, aber ich merke, dass das alles ein bisschen eng ist. Aber das mag man ja hier und da. Ich habe jetzt mal auf zwei durchzudenken. Okay. Oh, ich bin wieder Haus. Ja, genau, genau gleichzeitig wie ich. Ich habe auch gerade genau das Haus gehabt, wo du es gesagt hast. Ah. Leider hat es vergessen. Mit der primitive Wine wohne in mir durch. Der Kugandertaler. Der Kugandertaler. Der Kugandertaler. Ja. Genau so ist es. Okay, ich glaube, soweit habe ich das Kräfteverhältnis jetzt ganz gut ausgewogen. Okay. Okay. Okay, interessiert mich nicht. Achtung, Achtung, der Vayntrain fährt ein. Als Ziel ist der Mount Everest. Äh, nicht der Mount Everest, der White Everest war das. Wie hattest du das in deinem einen React gesagt? Ach so, von wegen, kennen sie keinen Schwanz, genau. Ja, genau. Kennen sie keinen Schwanz, der hat nachgefragt. Ja, genau. Das war sehr amüsant. Da musste ich mich doch schon ziemlich bekecken. Juppel. Alamars. Alamars. Lauren. Alamars. Achtung. Das war ziemlich 14 auf Nahrung. Das sollte jetzt eigentlich mal lang her. Das ist mir der Nahrung echt übel, dass ich das einfach nicht hinbekomme, da halbwegs schnell war. Das ist technisch, weil ich mich bei dem Bild die ganze Zeit aufmann aus. Ich habe ewig viele auf Nahrung, aber im Glück kriege ich nicht 5500. Man merkt auch, dass sowas fehlt wie der Lumen, dass man also diese Zwischenzeit hat, dass das nicht mal so hochgehen kann. Und man fühlt sich immer schlecht, wenn man idlet. Ich habe jetzt 16 auf Nahrung und nur 350 Nahrung und habe jetzt aber schon 20 Villager. Ich brauche jetzt noch 100. Ich warte jetzt noch ganz kurz. Das gibt's doch nicht. Komm schon 50. Ja, ja, ja. Jetzt zurück. So, jetzt. Okay, ich kann auch hoch. Das ist aber wirklich viel zu knapp die ganze Zeit, ey. Das macht einen fertig. Das stimmt. So, brauchen wir das schon mal nicht ganz... Alter, ich habe nur 380 Punkte. Was ist da los? Heute bin ich besonders schlecht. Du hast schwach angefangen und dann stark nachgelassen. Unheimlich stark nachgelassen, genau. Woher kam das nochmal? Von Otto, glaube ich. Von Otto vielleicht? Ich kenne es von hier. Wie hieß er nochmal, der den ganzen Star Wars Synchros gemacht hat. Kurt Krömer. Der hat der Ring an Torbett. Genau. Kurt Krömer. Nee, glaubt er hat das nicht gehört. Nee, nee, der war es nicht. Aber du weißt nicht. Ich habe jetzt einfach mal den ersten, weil es gibt nur den einen. Ja, ich weiß, wer der meins ist. Davis Schulz. Davis Schulz, genau. Ich hatte gerade nur den Dudelsack im Kopf, aber das war hier... Drei Dudelsack drei ist das. Drei Dudelsack drei war es, ja. Ich würde es einfach auch witzig finden, wenn Kurt Krömer so etwas machen würde. Das würde ich auch feiern, irgendwie. So, ihr wollt mir mal direkt einen Markkranz jetzt hier hin. Wie wir gleichzeitig hochgegangen sind, Udwin. Geil. Kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen krauen? Wir haben heute privat ein bisschen über Stronghold 2 geschrieben. Und irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns... Wir haben darüber philosophiert, wie es wohl wäre, wenn... ... wenn Firefly ein Stronghold 2 Remake machen würde. Und dass wir das beide halt cool finden würden. Und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hatte ich den Impuls, so ein Gift zu schicken, wo so zwei vier- oder fünfjährige in Ritterrüstung sich halt geschlagen haben. Und wir beide haben darauf geschrieben... Ja, wäre irgendwie witzig, wenn... Also ich hatte geschrieben, wenn im Mittelalter alle Schlachten durch Kinder ausgetragen worden wären. Und Udwin hatte irgendwie geschrieben, wenn Firefly einfach ein Stronghold 2 Remake Mod machen würde, wo alle Soldaten Kinder sind. Und wir haben es halt wirklich quasi zeitgleich geschrieben. Das war schon ziemlich gruselig. Ja, wir haben hier und da wirklich diese zwei dumme einen Gedanke im Moment, dass wir gleichzeitig was abschicken. Und eine Nachricht, die quasi der gleiche Inhalt ist. Richtig. Das soll es übrigens nicht heißen, dass wir es gut heißen, dass es Kindersoldaten auf der Welt gibt, ja? Würde ich noch mal kurz kurz ein Scheißen? Ne. Dann möchte ich mich von dir distanzieren gucken. Ja, offiziell. Ja. Gab es nicht irgendwo Stein? Da hinten darf Stein. Stimmt, ich brauche ja auch mal an die Bogenschützen. Ich habe gerade entdeckt, dass es eine Scaram-Mod gibt, die JetGPT nutzt, damit man mit den NPCs sprechen kann und noch mehr One-Mod, um mir mit der Gothic-Welt mehr zu integrieren. Habe ich jetzt zum ersten Mal davon gehört, ging dabei irgendwie witzig, muss ich sagen. Ich habe hier schon ein paar Videos zu gesehen. Also das ist mit JetGPT, aktuell ist da halt noch ein ziemlicher Input-Lag, also man muss da eine ganze Weile warten, bis das ausgewertet wird. Aber es ist ja quasi, dass die Mod verbindet, dass sich quasi mit JetGPT und dann wird das quasi in Voice-Over eingespeist. Voice-Conversion. Voice-Conversion und dann wird das ins Spiel zurückgebracht. Aber für irgendwann könnte das echt gewaltiges Potenzial haben. Ich stelle mir vor, da ist wirklich ein Rollenspiel, bei dem du dich wirklich aktiv mit Leuten unterhalten kannst, wenn ein NPC ist. Das wäre schon echt krank. Ja, du gibst einen Text ein und der NPC antwortet dir auf den Text, den du eingibst. Das wäre schon ein Ding. Ja, entweder per Text oder irgendwann einfach mit Voice. Also das könnte dann richtig immersiv werden, wenn man das soweit ist dann mal. Stimmt. Hi Patrick. Es gab doch einen echten Kinderkreuzzug. Ja, stimmt. Ja, schon. Davon meine ich mal was gehört zu haben. Hab ich doch mal mitgemacht. Ne, das jetzt nie, aber ich hab davon schon was gehört, dachte ich auch, ja. Also ich kenne auf jeden Fall, ich kenne den Bauernkreuzzug auf jeden Fall. Das war quasi der erste inoffizielle Kreuzzug, wenn man so will. Der war auch ganz interessant, aber Kinderkreuzzug, ich meine man von Götzauern, aber ich wüsste jetzt spontan nicht, was das war. Oder was für einen Zusammenhang das hatte. Der Kinderkreuzzug ist aber gescheitert. Wow, was für ein Bund, ne? Was? Ich verstehe gar nicht warum. Jetzt hab ich ein bisschen ein Ahusproblemchen. Der ist jetzt erst ein Werkzeugzeug, das war interessant. Ich bin da mal gespannt. Primitivling. Das ist der Traditionsminister in China. Ja, ich wollte gerade auch irgendwas mit Minister in China und so sagen. Okay, der Hellblaue schickt uns Scouts zu mir. Gefällt mir nicht. Okay, interessant. Der Kinderkreuzzug soll laut verschiedener mündlicher Überlieferungen ein Ereignis gewesen sein, in dem sich im Frühsommer 1212.000 der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Deutschland und aus Frankreich veranlasst sahen, unter der Leitung visionärer Knaben in einem unbewaffneten Kreuzzug ins Heilige Land zu ziehen. Der Zug hatte sich teilweise schon vor Erreichen der Ufer des italienischen Mittelmeers aufgelöst. Okay, interessant. Wahrscheinlich hatten sie irgendwie keine Lust mehr. Dann sind wir in Italien angekommen, noch kurz feiern gegangen und dann haben wir einen Kreuzzug gesetzt. Das ist sowieso das Übelste. Ich glaube, das war auch mit diesem Bauernkreuzzug, die auf dem Weg zum Heiligen Land haben die erst mal so viel geplündert und Schaden angerichtet. Wir haben einfach mehr Schaden in den christlichen Gebieten angerichtet, als dort, wo sie angekommen sind. Aber gleichzeitig hat das dazu geführt, dass dann die ganzen muslimischen Staaten, die die Europäer extrem unterschätzt haben, weil sie diesen Bauernkreuzzug gesehen haben. Und beim ersten richtigen Kreuzzug dachten sie, was wollen die bitte schon ausrichten? Und dann ging es ein bisschen ab. Killen sich ja eh nur gegenseitig, die Drodel. So, ich bin jetzt beim hellblauen. Ich bin beim dunkelblauen. Und der hat auch ziemlich viele Archer vorbereitet, was mich etwas beunruhigt. Ich glaube, wenn du dich ziemlich verarcht vorkommst. Oh mein Gott. Nee, Uthrin. Nee, nicht mal für deine Verhältnisse. Wobei, doch, der war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Wunderbar. Ich war schon fast enttäuscht bei deiner Enttäuschung. Ich bin heute sehr über meine Technik enttäuscht, hier muss ich sagen. Oh shit. Nein, bitte nicht. Nee, 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 nee. Kann sein, irgendwie. Kann sein, dass ich Hilfe brauche gleich. Okay. Ich guck mal, ob ich das irgendwie unter Kontrolle kriege hier. Alter, wie die diese eine Dorffrau unbedingt töten wollen. Die haben sich gedacht, du hast jetzt Dorfbewohner von uns getötet. Jetzt wollen wir Blutgeld. Oh, jetzt hier dringend ein Tor. Aber gut, ich habe ein paar Dorfbewohner getötet und ein paar Soldaten. Aber es war jetzt weniger erfolgreich als mein letzter Rush. Also, wenn ich jetzt sehe, wie übel diese hohe Feuerrate ist, verstehe ich, dass die Assyre keine besseren Bogenschützen bauen können. Das wäre ein bisschen zu OP. Also, wie die stellen, weil sie ja durchrasieren, ist schon böse. Alter, das ist doch mehr als 25 Prozent. Das ist doch verdoppelte Feuerrate oder sowas. Die haben ja eine, das ist ja Wahnsinn. Brr, brr, brr. Ja, ich glaube, den Duglidbarn habe ich rausgenommen aus dem Spiel. Aber der hat auch irgendwie bis jetzt nichts gemacht. Ich glaube, der wollte wirklich so Fast Castle machen oder sowas. Also Fast Werkzeug oder so. Fast Werkzeug. Oh shit, der hellblaue, ich könnte jetzt mal deine Hilfe brauchen, glaube ich. Der hellblaue hat hier einfach 20 Bogenschütze jetzt bei mir. Der eine Turm, den ich gebaut habe, der würde mich jetzt nicht retten können. Ich schicke mich was in deine Richtung. Bitte. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich schicke schon rüber, aber es braucht ein bisschen, bis die beiden sind. Oh man ey. Nahrung hat das Problem, deswegen war ich zu langsam Einheiten ausbilden. Was stecht diesen Einbitter ab? Holt eure Keulen raus und schlagt den Wettetod. Oh man, warum? Das hört sich auf. Oh man, 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 das hört sich auf. Okay, ich sehe dich hier im Stein abbauen. Links, 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 links. Ah okay, dann schießt er auch schon. Das ist gut. Ich nehmt ein bisschen die Turmdeckung bei dir. Ja, das ist auch gut. Hier stehen ziemlich viele im Turm. ja mit vereinten kräften krieg mussten hatte ich echt glück dass ich da ein paar sammeln konnte ich glaube alleine hätte ich es nicht schaffen können das war das war echt heftig dass der mir geboten hat also ich glaube der dunkelblau ist raus wenn alles funktioniert hat ich muss noch mal überprüfen noch irgendwo dorfbewohner übrig sind aber sein dorfzentrum ist weg die meisten dorfbewohner sind weg perser war der können die haben die perser gute bessere bogenschützen nicht wirklich aber hat einfach nur ein bogenschützen rasch gemacht glaube ich jetzt habe ich übel viele steine jetzt abgebaut um schnell panik mäßig ein paar türme zu bauen ich habe schon gesehen dein steiner baugebiet da das war wirklich einfach nur panik ja danke für deine hilfe auf jeden fall das war ganz großes kino von mir das ist jetzt auch so große zeit was ausschließlich er machte zwei gegen eins gegen uns und gewinnt noch ich geh jetzt auch mal bronze zeit hoch aber ich mache ich auch nicht stimmt große große zeit ist das dritte was waren denn das werkzeug war irgendwie ist das total verwirrt der ist eisen zeit ist vierte was waren dann werkzeug zeit alter das zweite das war also werkzeug ist das in dem wir jetzt gerade sind und der hellblau sitzt eins ins braunste zeit alter hoch ich glaube der dunkelblau hat wirklich nichts mehr auch keine dorfbewohner mehr außer da hat sich bei seinem verbindeten aufgebaut aber er gibt trotzdem nicht auf das ist ganz interessant er das traut nein jetzt kommt ja schon mit schwerer kavallerie der perser bei mir ich habe jetzt noch mal ein paar buchenschützen hingeschickt die bringen wird sich zeigen okay die unten an der front das blick konnte ich da jetzt noch mal türme bauen ein paar schleuter sind dabei aber das geht noch auch hier ich kann kamel reizt haben auch ein paar sie könnten tatsächlich etwas helfen ja ich glaube etwas sehr sogar nein ich hätte das rad erforschen müssen ja weil ich muss sagen der da bringt mich echt ins schwitzen der der eine der kollege schnürschuh hier am kornspeicher konnte ich die türme danke auf jeden fall hier jetzt für deine unterstützung kamelreiter werden mir jetzt hier auf jeden fall helfen ich mache dann einfach schwere gewanzerte reiter oder sowas und für ein plant seine nächsten kriegsverbrechen ja wird alles gekonnt sein ich brauch das regierungsgebäude zuerst ich habe genug zeug ich kann wirklich mal kavallerie machen streit wehen werde ich hier noch genug machen können das rad zu haben ist schon echt ein segen so ein bisschen haben die sich damals wahrscheinlich auch gedacht als es erfunden wurde dieses runde ding was wir erfunden haben ist ja echt übelst entlastend das ding dieses lustig aussehende holzgebilde ok 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 ja die kamelreiter retten mir da gerade so hat den hintern nicht nur gegen die schweren reiten sondern auch gegen die bogenschützer teilweise das hat mich raus aber ich lasse trotzdem noch die paar zurück zurück die sollen ruhig in meine türme reinlaufen sehr schön ist um eins gegen eins würde ich jetzt hier richtig rad rein schwitzen das wäre das bei mir und den boggeln 1 gegen 1 gewesen weil das einfach so ein eiskartes wegraschen gewesen weil der hat wirklich gar keine gegenwärter geleistet der hat wahrscheinlich wirklich geboomt also der andere anträgen auf rasch und der dunkelblaue hier da würde wahrscheinlich wirklich auch schnell auf das dritte zeitalter geht und dann beinhalten ausdrücken und da habe ich ihn voll eiskalt erwischt ich mach mal schrift damit ich mal sehe was du erforscht hast weil ich habe aktuell fast gar nichts erforscht das ist so heftig ich habe quasi nichts von der karte bisher aufgedeckt weil ich nicht hier mich mit dem hellblauen ja doch einigermaßen jetzt sehe ich mal wenigstens ein teil der karte was du so schon freigelegt das ist auch schon eisen zeit sehr gut gerade verschreiben ist auch hoch an den noch nicht ich brauche ein bisschen nahrung die ich jetzt mal anfangen werde zu farmen ich glaube ich auch gar nicht das ja ich hatte gar nicht das cover abgeholt für mehr werden lebenspunkte so gut in kavallerie bin ich mit dem volk vielleicht doch nicht aber schwerer gepanzert hatte es trotzdem gut genug das kamel kann seine farbe ändern das kamelian jawoll was ist braun klebrig und läuft durch die wüste ein karamell dankeschön kris für den zack oder einen habe ich noch was ist was ist fruchtig und geht in die kirche eine fromm wäre ich glaube es gab sogar ein eigener begriff für solche witze ich kannte in meiner zeit lang richtig richtig viele flachwitzes ja man kann sie flachwitzern aber es gab gerade für diese 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 art genau wie wie die mit diese namenswitze mit den kindern meistens alle kinder tanzen um das feuer nur die spregierte die es steht in der mitte die arme spregitte all right und 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 das war eine kamelbrigade ein bisschen zurück ich kann mir helfen aber eher in der verteidigung ich bin jetzt einigermaßen safe hier du kannst deine bogenschützen gerne abziehen alles klar ich glaube wenn der gegner stark angreifen würde wenn die auch nicht mehr so viel bringen jetzt naja ich glaube auch wo sind ein marktplatz ganz da oben naja perfekt und nein ich habe das felder aussee geräusch gehört das ist ein problemchen so was brauche ich jetzt noch um das nächste zeitalter zu gehen irgendein zweites gebäude ach so ich habe den tempel nicht gebaut ist gerade polizei oder wenn wir vorm haus vorbeigefahren das ist braun und kratzer an der scheibe baby im backofen das finde ich auch ein bisschen heftig das ist heftig ja aber ich meine den zu kennen ich glaube ihr habt den schon mal gehört ich glaube es sind vier versionen davon nein ich kann echt keine mauren bauen krass ich gehe mal ganz nach süden in den ziffern um zu gucken ob der trade aufgebaut hat ok da greift jetzt bei mir an mit komposit bogenschützen und schwerer kavallerie und mönchen unangenehm halt jetzt aber einer ist auch schon vieles zeitalter interessant der hellblau ist ziemlich viele komposit bogenschützen hat der am start und elefanten ergo ist der persa ist gerade entfanden das ist natürlich gut ich habe es versäumt irgendwie schnell eine mauer zu bauen das hole ich mal nach das was da messen die wir fanden ich meine klar man kann dem was stimmt habe ich gute akademie einheiten ja höchstens die polis könnte ich mir vorstellen großermaßen bringt er gegen elefanten was oder wieder priester ansonsten schau ich da jetzt einfach mit gepanzerten reitern weg rasiere jetzt will ich erzählen dass der dunkel war noch irgendwo was hat gar nicht irgendwas haben du hast da sehr gut was da einige schwere panzer als das ist gut das stimmt mich froh 21 risiko bin jetzt erst jetzt kann ich meine schweren beritten im bogenschützen machen und meine schweren sensen streitwegen meine nächsten mauern vor allem nein oh mein gott und auch gerade eher so im einmauerungs modus ich habe 33 auf nahrung und mir fehlt übel nahrung wahnsinn hier tötet man den elefanten ich versuche mich jetzt mit einem angriff da anzuschließen immer südlich lang da wurde sein dorfzeichen hat müsste er jetzt echt meine mauerbauaktion unterbrochen ist eine absolute frechheit ich brauche jetzt unbedingt chemie europa zurzeit des spätmittelalters immer immer also diese alchemie damit kommen wir glaube ich nicht weit wie du hier schon auf den hellblauen jetzt wegstammt mit deinen reitern ist ja wahnsinn ich habe ein bisschen das tag-game gespielt und geschaut da ich dann den vorsprung krieg die elefanten waren ein bisschen uncool der dunkelblauen hat hier echt krass lang genug zeit er hat sich irgendwann wieder gefangen das ist unglaublich ich bin ja so gespannt jetzt auf die zeitlinie wie schnell es den blauen einfach zerrumpft hat da war er in rekordzeit tot das war eine richtige schwitzer kai das waren die beiden beim letzten mal die wollten so richtig wissen die wollten richtig rein schenken ich hab's noch mal richtig bock einer Falter Ulbricht zu machen also nochmal so hinschauen ja ach so wie du dich aber einwollst bist du eher gerade der Chinese mit einmal Ball außenrum bitte ja aber einmal komplett genau jetzt hat er eine Rauschung gegeben ok gut das ging dann doch sehr gut jetzt schade ich hab's nicht mehr geschafft meinen ganzen Wald fertig zu bauen von den blauen ist ja wirklich gar nichts mehr übrig Wahnsinn ich hab da wirklich relativ frühes ein Spiel genommen bevor er überhaupt auch seinen 2.0 doch sonst irgendwas hatte du hast das Game komplett dominiert ey Wahnsinn ich bin mal gespannt wie es am Ende aber ich muss auch sagen der Archerrach die Archerrach die Archerrach sind im Late Game zwar mit den Archerrach total kacke weil die keine gescheiten Archerrach haben aber im Early Game dieser Archerrach das rasiert er schon überall im Blauen wird es wirklich verdrückt wirklich Wahnsinn weil ich find's faszinierend wie wir beide exakt zeitgleich sowohl im zweiten als auch im dritten Zeitalter waren das stimmt in einer Linie genau auf die Sekunde aber so viel später wieder ganz ehrlich er hat keine großartigen Einheiten ausgewählt und ist viel später rein ich wette der wollte so ein fast drittes Zeitalter machen und war ganz kurz davor die Einheiten auszudrücken als ich ihn überrascht hab hast du von dem Tennisspieler gehört der aus dem Fenster gefallen ist oh mein Gott was kommt jetzt war sein bisher härtester Aufschlag gut das ist schon schmerzhaft so danke fürs Zusehen danke fürs Zusehen und bis zum letzten bis zur letzten Folge jetzt von unserem Civ Overview danach gibt's glaube ich vielleicht noch ein Special oder sowas gucken wir einfach mal wir hatten ja ein bisschen was im Sinn und ja dann bist du nächstes Mal bye-bye